Ich möchte euch heute ein neues Feature vorstellen, an dem wir die letzten drei Monate gearbeitet haben, nämlich die grüne Welle. Ab sofort schalten alle Ampeln automatisch von rot auf grün, wenn man bei Flink eine aktive Vermittlung hat. Ich möchte euch das mal ganz kurz zeigen. Ich habe jetzt hier eine aktive Anfrage, gerade in meiner Flink-App. Ich nehme den Mitfahrer jetzt an und ihr seht schon, automatisch kommt die Ampel von rot auf grün. Das ist die gleiche Technik, die auch bei Feuerwehrautos und bei Krankenwagen implementiert ist. Kommt man der Ampel näher als 20 Meter, hat die Flink-App offen, hat eine laufende Vermittlung, dann schalten die Ampeln automatisch auf grün. Für uns ein weiterer Schritt, um die Mobilität zu revolutionieren. Probiert es aus, ladet euch die App runter, vermittelt euch und wir wünschen euch alle Zeit eine gute Fahrt und vor allen Dingen auch freie Fahrt.